Apple iPhone 12 Pro Max oder OnePlus 9 Pro, das fragen sich viele von euch. Ein aufregender Vergleich. Ich vergleiche die Unterschiede der Daten von beiden Handys in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Design. Im Bereich Design ist das iPhone 12 Pro Max mit 85 zu 82 Punkten knapp vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. 1,3 Millimeter dünner, 2,4 Millimeter kürzer und 11,1 Prozent geringeres Volumen. Das OnePlus 9 Pro kann auch punkten und hat folgende Vorteile. 31 Gramm leichter und 4,5 Millimeter schmaler. Bildschirm. Im Bereich Bildschirm ist das OnePlus 9 Pro mit 83 zu 59 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. 14,6 Prozent höhere Pixeldichte. 30 Prozent höhere Auflösung. 100 Nits heller. Bildschirm ist immer an und hat ein gekrümmtes Display. Leistung. Bei der Kategorie Leistung gewinnt das iPhone 12 Pro Max haarscharf mit 88 zu 87 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus. 256 Gigabyte mehr interner Speicher. Hat AES. Und nutzt HMP. Das OnePlus 9 Pro hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 29 Prozent schnellerer Prozessortakt. 6 Gigabyte mehr Arbeitsspeicher. 2 mehr CPU Threads. 0.2 neuere Version von OpenGlass. 17,3 Prozent höheres Benchmarkergebnis. Und eine Unterstützung für neuere DDR-Arbeitsspeicherversion. Kameras. Bei der Kategorie Kameras ist das iPhone 12 Pro Max mit 85 zu 83 Punkten sehr knapp vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. 11,1 Prozent größere Blende bei minimaler Brennweite. Hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor, BSI. 2 Blitz-LEDs mehr. Und 8,3 Prozent größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Das OnePlus 9 Pro hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile. Dreifach mehr Megapixel der Hauptkamera. 33 Prozent mehr Megapixel der Frontkamera. Und es bietet eine manuelle Einstellung des Verstärkungswertes. Audio. Bei der Kategorie Audio ist das OnePlus 9 Pro mit 69 zu 37 Punkten eindeutig vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus. Hat ein Radio. Und ein Mikrofon mehr. Akku. In der Kategorie Akku gewinnt das OnePlus 9 Pro eindeutig mit 95 zu 79 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus. 22 Prozent mehr Akkuleistung. Und kann andere Geräte kabellos aufladen. Reverse Wireless Charging. Eigenschaften. In der Kategorie Eigenschaften gewinnt das OnePlus 9 Pro eindeutig mit 99 zu 78 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. Hat einen Fingerabdruckscanner. Ist von der Digital Living Network Alliance zertifiziert. 0,1 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version. Unterstützt zwei SIM-Karten. Ist ein Mehrbenutzersystem. 1.1 aktuellere USB-Version. Bietet Offline-Spracherkennung. Ist kostenlos und Open-Source. Hat Typ-C-USB-Anschluss. Unterstützt Java. Unterstützt ANT+. Hat ein Iris-Scanner. 69 mehr Sprachen unterstützt. Und hat Bluetooth-APTX. Das iPhone 12 Pro Max hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile. 396 mehr Smiley-Icons verfügbar. Hat ein Barometer. Und hat Airplay. Ergebnis. Das OnePlus 9 Pro liegt in der Gesamtwertung mit 99 eindeutig vor dem Apple iPhone 12 Pro Max mit 88 Punkten. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unten klicken. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Spezifikationen gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen auch unbedingt wissen, für welches Gerät ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.